so leute da bin ich noch mal zurück ihr seht gerade ich habe den 150er skin aber das wichtigste ihr könnt euch schon fast denken am titel und habt ihr nicht gesehen die aufgabe funktioniert ich habe die graue aufgabe jetzt aber nur bekommen setzte gebäude mit feuer in brand da muss man nur fünf bauelemente anzünden aber wie ihr seht setzte gebäude in brand ich habe zehn angezündet und es hat gezählt also ihr müsst wirklich darauf hinschwitzen diese grauen aufgaben diese aufgabe hier zu bekommen setzte gebäude mit feuer in brand ich weiß habe darüber schon ein video hochladen aber ich wollte natürlich noch mal machen wenn ich wirklich die bestätigung habe dass es funktioniert also immer so weitermachen außer ihr bekommt natürlich die tagesaufgabe dann ist die aufgabe in grün und dann wird das ganze auch zählen aber es gibt es gibt die aufgabe oben grau ihr seht wann habe ich setzte video zu hoch landen ich glaube vor drei tagen oder vier aber jetzt erst geschafft ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen und wie ihr seht jetzt kann das leben wieder weitergehen und in dem sinne euch noch viel spaß und haut rein